Ja, wenn ich jetzt einen kleinen Wortwitz machen würde, würde ich sagen, wenn du hoch hinaus willst, dann hast du es gar nicht so weit dafür. Du bist sehr groß gewachsen. Wir haben hier die Angelika. Angelika, wo kommst du denn her? Also ich komme aus Worms, aus den anderen Pfalz. Dort lebe ich und studiere ich. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt hier gelandet bist? Ja, das war ein lustiger Zufall. Das war letztes Jahr auf Missa Baden-Württemberg. Da hat mein Ex-Freund mitgemacht und ich war als Castor und dann habe ich mit dem Lutz zusammen geredet und er hat mich gefragt, hey, warum habe ich dich noch nie bei mir gesehen? Und ich so, weil ich mich nie angemeldet habe. Und er so, nein, heute musst du dich unbedingt bewerben und bin ich nicht reingerutscht. Super, was machst du denn im Alltag normal? Normalerweise studiere ich Tourism and Travel Management, beschäftige mich viel mit Nachhaltigkeit, lese und frage viel. Also ich mache sehr, sehr viele Sachen, deswegen mache ich da meinen Cut. Super, dann wünschen wir dir für heute alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke.